Bonjour les amis, bonjour! Bonjour les amis, bonjour! Bonjour les amis, 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 bonjour! Mit Kindern von acht Jahren Französisch lernen heißt für mich vor allem für jede Stunde viel Fantasie entwickeln. Ich erlebe mich eigentlich laufend zwischen den Polen. Einerseits den Kindern Sprache zu vermitteln, zum anderen aber ihre Ursprünglichkeit zu beachten. Dass Kinder gerne spielen, Rätsel lösen, singen. Der spielorientierte Ansatz hat mich zum Nachdenken gebracht und ich habe dann doch gemerkt, dass es ein Stück weit auch in dem Arbeiten mit allen Sinnen um Spracherwerb geht. Sprachen lernen mit allen Sinnen und dazu gehört eben auch Sprachen lernen, bedeutet auch Anstrengung. Anstrengung und Lernen. Auch wenn die Kinder begeistert bei mir spielen, so sind sie mindestens genauso intensiv am Vokabellernen und auch am Schreiben. Manchmal brechen sie sich auch mal fast die Zunge ab, um Wörter wie la voiture nachzusprechen. Und dabei lachen wir auch viel. Kinder brauchen Lernerfahrungen und es geht mir darum, dass ich neben dem spielerischen Lernen die Lernerfahrung besonders betone. Das heißt, Spiel ist ja eigentlich eine sehr ernsthaft angelegte und auch vorbereitete Aktion. Mir stehen zweimal 45 Minuten zur Verfügung. Spiel muss deswegen ganz besonders vorbereitet werden. Und deswegen denke ich, dass es ganz gut ist, wenn ich etwas anderes vor diesen Spielphasen vorschalte. Intensiven und umfangreichen Spracherwerb und das sowohl rezeptiv durch Zuhören als auch imitativ durch Nachsprechen und durch Schreiben. Also ich habe natürlich mit meinem Ansatz auch nicht immer Erfolg. Und wenn ich in der sechsten Stunde unterrichte, dann muss manchmal etwas ganz anderes passieren, dass sich die Kinder erstmal bewegen, dass sie Spannung abbauen. Aber dann geht es doch darum, dass die Kinder zu einem ruhigen und konzentrierten Arbeiten kommen. Ich glaube auch, dass mein Ansatz nicht von jedem Französischlehrer, von jeder Französischlehrerin geteilt wird. Aber das ist, ich denke, in Ordnung. Und um eine Diskussion voranzubringen, auch in der Fortbildung, sollten meine Aussagen ruhig pointiert sein. Wie sieht jetzt mein Französischunterricht konkret aus? Ich möchte sagen, er ist angereichert mit ganz unterschiedlichen Elementen. Ein vielfarbiger, reicher Unterricht. Starke Betonung des rezeptiven Lernens. Imitieren als legitimes Mittel des Sprechenlernens. Musikische und spielerische Elemente wie Singen, Rhythmik, Pantomime, Kreisspiele, Lese, Verstehen, Schreiben, Memorieren, Erklären und Reflektieren. Ich biete mein Sprachenlernen an in Lernwelten, die ich kritisch an der Lebenspraxis der Kinder messe. Es sind die Bereiche, in denen sich die Kinder natürlicherweise aufhalten, ihre Alltagsbereiche. Die Auswahl der Lexik richtet sich danach. Je mehr Vokabeln die Kinder aus ihrem unmittelbaren Erlebnisraum kennen und anwenden lernen, umso mehr kommen sie in das natürliche Sprechen. Welcher Tag ist mein Frühstück? Le 14 Avril. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Samira. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mathias. Ah, j'ai chaud. Ah, j'ai chaud, hein? Montre-moi. Il fait chaud, alors montre-moi. Ah, j'ai chaud. Ah, j'ai chaud. Ah, j'ai chaud. Nehmen wir zum Beispiel die Tiere, die die Kinder haben, mit denen sie umgehen können. Mir ist das Lernen von vielen fremden Tiernamen deshalb nicht verständlich. Brauchen viele Kinder wirklich Namen verschiedenster Zootiere, wenn sie kaum in ein Zoo kommen? Wo lernen sie zum Beispiel das Wort für Schnecke, für Ameise? Solche Begriffe faszinieren die Kinder, die keine eigenen Tiere haben können. Eine Schnecke ist allemal Anlass zu erzählen und oft näher an der Erfahrungswelt als der exotische Braunbär oder der Papagei. Die natürlichste Begegnung des Lehrers mit den Kindern ist deshalb auch nicht der Zoo, sondern die Schule. Escargot Fourmier 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 Als Lernwelt hat der Bereich à l'école sehr früh seinen Auftritt. Fourmier Aktivitäten sind alle die, die wir sowieso in der Schule durchlaufen. In den Stuhlkreis kommen, herkommen, weggehen, zumachen, zuhören, hinschauen, malen und so weiter und so weiter. Vergleichbar ist dies mit dem Anschlussthema Le corps, mon corps. Gut auf der Pläne, les Chaise auf der Tafel, und voll in der Schraub, in der Schraub. in Ihren Karten. Mettez-e in Ihren Karten. Voilà! Ich lave ... ... meine Haare. Ich lave die Haare. Was macht er? Ich lave die Haare. Ich lave die Haare. Ich bröse die Haare. Ich bröse die Haare. Ich bröse die Haare. Ich brauche die Haare. Wir wollen dich. Reagieren viele Kinder mit leuchtenden Augen und unverkrampften Versuchen der Sprachproduktion im frühen Fremdsprachenunterricht, so erlebe ich andere, die abschalten, wenn sie eine fremde Sprache hören. Manche wollen am liebsten nur malen. Unterschiedliche Lernvoraussetzungen durch Differenzierung zu fördern, ist Teil der ganzen Arbeit. In meinem Französischunterricht besonders für Kinder, die schnell die Sprache lernen können, den biete ich etwas an, das wir gerne Enrichment nennen, Zusatzmaterial. Andere haben es schwerer, sei es vom häuslichen Hintergrund her, sei es, weil es Deutsch eben als Fremdsprache schon für sie gab. Und für die ist es dann oft so, dass sie sich schwerer tun mit dem Sprechen und deswegen geht es darum, ihnen was anderes zu vermitteln, nämlich, dass sie andere Fähigkeiten haben, die wir genauso gut brauchen können, die Fähigkeit etwas zu schreiben, zu ordnen, etwas darzustellen. Besondere Förderung an geeigneter Stelle kann dann umso fruchtbarer sein, wenn diese Kinder ihren Beitrag in anderen Bereichen als die mündlichen leisten können. Schreiben dient auch als Ordnungskriterium. Etwas Schwarz auf Weiß zu besitzen, schafft Sicherheit. Die andere Orthographie des Französischen sehe ich nicht als Hindernis. Ich lasse Fehler im Französischen wesentlich mehr als im Deutschen zu. Ich verstehe mich als Sprachhelfer. Ich habe gelernt, mich als Sprachvorbild einzubringen. Wenn ich mich traue und mir angewöhne, so viel wie möglich Französisch zu sprechen, dann trauen sich die Kinder auch mehr. Eine Barriere, mich selbst sprachlich einzubringen, gab es am Anfang. Die Reaktionen der Kinder an ihren Gesichtern zeigten sie, dass sie kaum etwas verstanden. Aber ich merkte, wenn sich die Klasse an den fremden Klang gewöhnt hat, dann wird hören etwas ganz Normales. Ermutigen zum Sprechen, unterstützen beim Schreiben, begleiten in der neugierigen Erforschung der fremden Welt, der anderen Sprache. Dazu sollten sich Lehrer als Vorbild trauen. Und der Übergang? Es geht nicht um fließendes, perfektes Sprechen für viele Kinder, sondern um die Normalität, sich in Europa mit anderen Sprachen und anderen Akzenten in der Umgebung Schule und später in der Arbeit zu bewegen. Dieses normale Sprechen sollen die Kinder dann systematisieren, wenn sie in die weiterführenden Schulen kommen. Je selbstbewusster die Kinder dabei sind und je mehr das Lernen auch von Strukturen ihnen als natürlich und gewohnt erscheint, umso mehr haben sie es dann im Aufbau leichter. Ich rede dabei nicht nur von denen, die aufs Gymnasium wechseln. Auch die, die in die Hauptschule gehen und dort Französisch oder Englisch lernen, haben früher erlebt, wie man Sprache lernt. Sie sind bereits erfahren, was man alles braucht, um eine Sprache zu lernen, sich in einfachen Situationen ausdrücken zu können, einen Text zu verstehen und was man alles braucht und was ihnen noch fehlt. Und so erfahren sie Stück für Stück, welchen Spaß es macht, eine Sprache zu lernen. und so weiter.